Grüß eng, da ist wieder der Stefan aus der Kini Bike Welt. Ich darf euch heute ein neues Produkt von uns vorstellen. Wir haben nicht nur Motorradeln bei uns im Geschäft, sondern auch seit heuer E-Bikes, nämlich von Husqvarna. Da aktuell das HC9, also ein Hard Cross. Ausgestattet ist das ganze Fahrradl mit 27,5 Zoll Radeln. Die Schaltung ist eine DI-DU XT von Shimano. Der Antrieb ist auch von Shimano, nämlich der DU-E8000. Der neueste Antrieb, den es von Shimano gibt, das Radl verfügt über elf Gänge, also perfekt, wenn man bei uns irgendwo am Bergauf fahren will und natürlich auch wieder runter. Eine Gabel von Fox, eine Factory-Gabel mit 180 mm Federweg, die ich zum Auffahren zu mache und zum runterfahren tue ich sie auf und kann dann perfekt jeden Singletrailer runterfahren. Der Sitz ist versenkbar, damit ich bei einem Oberfond einen tiefen Schwerpunkt habe. Akku mit 630 Wattstunden und ich sage, ja, mit dem Radl seid ihr bei uns in den Berg bestens gerüstet. Also ihr könnt das Radl bei uns auch testen. Das HC9 ist unser Vorführer, kommt vorbei und jetzt sind wir mit dem Radl in Action. und jetzt versuchen, die Maschinen-Gabel mit 2.0 in die oder nicht mit dem Radl in Action. Das war die Maschinen. Das war die Maschinen-Gabel mit 3.0 in der K Stretcher. Das ist die Maschinen-Gabel mit 5.0. Untertitelung des ZDF, 2020